Diese hier angebotene E1,5 Zimmer Wohnung ist ab Juli 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf-Rath. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 36 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 676 Euro pro Monat. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt. Näher Untertitelung des ZDF für funk, 2017